Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer hier – leider ist ein Drittelgrad gegangen – und auch Zuschauer am Stream und an den Videoplattformen, vor allem letztere, werden sich fragen, worum geht es hier eigentlich. Es geht um die Spezifizierung der Mietpreisbremse und komplizierter ausgedrückt, durch die Kappungsgrenzenverordnung kann in einigen lokalen Wohnungsmärkten bei bestehenden Mietverhältnissen die maximal zulässige Mieterhöhung von maximal 20 % auf maximal 15 % innerhalb von drei Jahren abgesenkt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat für 59 von insgesamt 396 Gemeinden objektive Bedingungen gutachterlich feststellen lassen, sodass dort diese Kappungsgrenze greifen kann. In der Tat ist nicht völlig klar, was manche dieser so identifizierten Gemeinden von anderen Gemeinden im Land unterscheidet. Hier teilen wir die Kritik der FDP. Aber wir kritisieren das Gutachten von anderer Seite. Wir schlussfolgern nicht, dass die 59 identifizierten Gemeinden als Suchräume dienen sollen, aus denen dann eine kleinere Teilmenge herausgelöst werden kann. Wir sind eher erstaunt darüber, dass zweite Teile des Landes mit diesem Gutachten aus der weiteren Betrachtung herausgenommen werden. Und ja, Frau Philipp und Frau Schneckenburger haben hier auf den Bund verwiesen. Fakt ist, im allergrößten Teil des Ruhrgebiets zum Beispiel kann die Miete nach wie vor in größeren Schritten erhöht werden. Und dies, obwohl hier die Anteile einkommensschwache Haushalte besonders hoch sind. Und obwohl gerade hier in den nächsten Jahren größere Bestände aus der Mietpreisbindung fallen, sodass dort absehbar mit größeren Mietsprüngungen zu rechnen ist. Mietpreisbindung, das ist dieser öffentlich geförderte Wohnungsbau, wenn noch eine Bindung auf den Mietpreis drauf ist. Jeder, der damit argumentiert, dass die lokalen und regionalen Märkte gar nicht mehr hergeben, verkennt die stark segmentierten Strukturen innerhalb der Region und liefert dann gleichzeitig aber auch ein Argument für die Kappungsgrenze. Geben die Märkte nämlich keine überdurchschnittlichen Mietsteigerungen her, dann regelt sich die Sache von allein, dann ist auch egal. Und geben sie aber solche hohen Mietsteigerungen her, wirkt sie beruhigend. Wir kritisieren also am Gutachten, dass ihr Indikator auslaufender Mietpreisbindung in Abhängigkeit von Mietpreisdifferenz so niedrig gewichtet ist. Plädieren für eine angemessene Gewichtung. Wir kritisieren auch, dass das Votum der Kommunen als Wert für sich gilt und nicht hinterfragt wurde, ob das Votum begründet ist. Auf diese Weise wird die Kappungsgrenze zur Größe einer womöglich ganz anderen Interessenslage in der Kommunalpolitik. Beim Thema steigender Mietenbelastung geraten regelmäßig nur Städte wie Bonn, Köln, Düsseldorf, Münster in den Blick. Wir wissen, dass auch dort die Hälfte der Bevölkerung das Recht auf eine öffentlich geförderte Wohnung kennt. Doch die Werte im Ruhrgebiet sind ganz ähnlich. Auch in Dortmund erfüllt etwa die Hälfte der Haushalte die Einkommensgrenze für eine öffentlich geförderte Wohnung. Hinter dem Antrag steht scheinbar auch der Glaube, dass angesichts einer allgemeinen Geldentwertungsrate von vielleicht 1,5 Prozent höchstens und einem allgemeinen Zinsniveau in derselben Höhe eine kumulierte Mietpreissteigerung von 15 Prozent über drei Jahre die Märkte kaputt mache, weil sie Rentierlichkeit nicht mehr gegeben sei. Ja, unser religionspolitischer Sprecher ist gerade nicht da. Es ist halt eine ideologische Politik im Interesse des Eigentums, welches Eigengriff in Eigentum jedweder Art, auch wenn es zu Miete verliehen ist, nicht mag. Wurde ja eben auch schon gesagt. Deshalb werden in der Debatte Einzelfälle benannt, Ausnahmetatbestände aufgrund von partiellen Marktversagen oder unerwünschten Markteffekten zur Regel erhoben. Es wird auch ein entsprechendes Wording verwendet. Da ist im Antrag vom Wohnungspolizeigesetz die Rede. Gemeint ist der Entwurf zum Wohnungsaufsichtsgesetz. Das ist leider eher ein Plüschtiger als irgendwie ein Polizeigesetz. Es ist von Zweckentfremdung des Wohnungsbauvermögens für sozialpolitische Zwecke die Rede, obwohl die schwarz-gelbe Landesregierung das Vermögen zweckentfremdete, als es in den Haushalt der NRW-Bank überführt und damit praktisch abgeschafft wurde. Da wird von überbordenden Standards gesprochen, ohne an einer Stelle auch nur anzudeuten, was damit gemeint sein könnte. Und die Einschränkungen der Siedlungsstruktur durch restriktive Vorgaben bei der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans, also LEP und Flächen, tauchen da sowieso überall auf, wenn die FDP etwas schreibt. Da ist es nun konsequent, dass eine halbherzige Regelung des Mieterhöhungsspielraums in ausgewählten Gebieten scheinbar in die Vorhölle der sozialistischen Wohnungsbewirtschaftung unter Mangelbedingungen führt. Und ich komme zum Schluss. Heißt das, kein privates Kapital wird da mitmachen? Heißt das, kein Haus wird mehr modernisiert? Ich wette dagegen auch im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Groschek.